Kapitän Curry, ich bin an Sergeant Andersons letzten Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter geschmutzt werden. Alles klar, St. John Ende. Okay, Andersons, dann kann es ja jetzt losgehen. Letzter Standort, klingt so wie er ist tot. Er muss hier irgendwo sein, wo zum Teufel ist er. Ausschlag. Warte mal, Vögel? Die Vögel sind doch keine Gegner. Wölfe, meine Lieblingstiere in dem Game. Nicht. Hier weitersuchen, die Spur hat mich doch woanders hingeführt. Wieder eine Falle, wa? Haha. Oh mein Gott, haben die. Anderson gepackt. Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen? Nicht den guten Schalldämpfer opfern? Klappe. Gut, dass ich mir das Fell nicht holen kann, wahrscheinlich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dead Coyote Lava Höhle. Ein Camp voller Herumtreiber. Ihr seid die Affiliate, die ich überfallen will. Ich muss in dieser Höhe hin. Franker Piepen. Was ist das für ein Geräusch? Alter, der hat mich einmal gebissen und ich bin Solo? Niro Camp, ein kleines Eis. Ah, noch so ein Mikro-Rekord. Was hier passiert ist? Was hier passiert ist? Was hier passiert ist? Sie meinen, von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische, neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen. Speichel, Blut, Samen. Boah, wie ekelhaft. Er infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien und sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele Säugetierarten es gibt? Ne Menge, schätze ich. Ja, ne Menge. 5488, um genau zu sein, je nachdem wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossums, Füchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, können infiziert werden und den Virus verbreiten. Gott! Was bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die geschwollenen und gedehnten Supraglenoiden Tuberke. Die Ulnare und Radiale Tuberositas. Ein normaler Wolf? Der kann 50 bis 60 Kilometer pro Stunde rennen. Der Bursche hier? Der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrades zerkauern. Was das für uns bedeutet, Corporal, ist, dass wir froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser dir als wir. Kommen Sie. Überschwinden wir von hier. Ja, ne? Wir haben hier wirklich alles. Gut. Könnten auch mal wieder ein bisschen in Gesundheit einskillen. Musste eh zur Grippeimpfung. Einfach. 200 glatt. Ähm. Um den Inneren, äh. Der Erste zu befriedigen. Genau. Es fällt gerade das Fachwort nicht ein. Fremdwort. Haha. Das hat mir schon wieder taub gemacht. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Oh shit. Ja, lad doch dann Ruhe nach. Ist der dumm? Oh. Ich habe vergessen mich zu rollen. Wäre Ausdauer nicht besser, um von den Zombies wegzurennen? Ja. Ich habe in der letzten Zeit schon öfters mal in Ausdauer reingeskillt. Und vielleicht hätte ich mal in Hirn investieren sollen bei dem Typen. Das war jetzt ein Death, der hätte nicht sein müssen. Also ich versuche immer so einigermaßen ausgeglichen zu skillen. Was passiert häufiger, dass ich eigentlich Ausdauer bzw. Präzision mehr brauche? Also Konzentration, nicht Präzision. Präzision auch. Hauptsache mit der Keule mache ich fast mehr Schaden. Komm schon, komm schon, komm schon. Was mit der scheiß Waffe? Ja. Ich hab dich. War einer hier drinnen? Okay. Oh, fuck! Alter, was zum Henker? Was ist denn mit denen? Ich hab 200 live, ne? Zwei bis ich bin tot. Eigentlich drei, aber... Äh, Jesus. Ich muss mal kurz gucken, womit ich mich abrolle. Damit... Ist ja... Unnormal. So was sollte man wahrscheinlich in der Shotgun einstecken haben. Von beiden Seiten habe ich natürlich ein direktes Problem. Interessiert's denn nicht? Okay. Okay. Na, Kopfschmerzen. Ich muss nachlaufen. Controller-Aiming! Ich dreh durch. Oh, ich dreh durch. Oh... Molotow will ich dafür nicht wasten. Eigentlich reicht da der normaler Schuss, aber... Mit diesem Controller-Aim nicht klar, ne? Ist so zum Kotzen. Also, es ist ja schon Maus und Tastatur, aber... Habe ich eigentlich die Taste umgelegt? Ich glaube... Snipe-Taste... Ja. Ja. Deswegen, ich hasse so ne Inventar-Shooter. Auf der Konsole ist das ja... Ein Controller mag das ja schön gehen, aber... Diese Scheißhöhle jetzt noch eins, weil ich versteh's nicht. Hm? So, nachdem wir hier fast verreckt sind, weil die ja bisher vorgelaufen kommen... Dacht ihr grad das wäre? Ich würde mal interessieren, ob ich die... Mit einem Sniper-Shot legen könnte. Oh... Er hat mich einmal angeknabbert und bin fast tot, ne? Jesus fucking Christ. Komm rein! Ich bin schlimmer als die Freaker. Das ist schon der Scheiß. Okay. Wenn du möchtest. Jim... Geht sogar. Ah... Ist ein bisschen tricky, kann im Fight irgendwie ein bisschen anstrengend werden, aber... Theoretisch geht es. Hä... Hä... wenn man sie wenigstens häuten könnte aber man kann nur die normalen hier durchzwingen warum leuchtet der da haben wir doch fucking jesus noch normaler jetzt bin ich natürlich gleich in die andere richtung gelaufen in die andere höhle rein na gut das ist glaube ich ein normaler die haben jägerohren normales feld sondern gut dann haben wir das doch gelöst gucken mal an hinterhalts camp vorbeischleichen guter witz ist ja nicht so dass ich stirbt du scheiß bär das gibt es doch gar nicht auch was zum hänka wie viel kann man aushalten so ja ein wolf auch noch jetzt oder was ist entscheidung ja der wolf sind wir dann die heißen ranger ranger oder ranger ranger glaube ich aber wir sind immer noch nicht tot jetzt hat das glaube ich hinter sich das könnte ich mal nutzen ich bin aber noch nicht zu weit weg ich will den scheiß bären jetzt haben unmöglich noch solche life haben geht doch ey habt ihr gesehen was der getankt hat das ist doch unnormal mal da haben wir noch irgendwo ein biker hätt ja klappen können hätt ja klappen können hier hätten wir noch polizei also hier haben wir noch polizei autos da könnte ich noch munition raus necken aber das reicht nie im leben muss eher mein bike hättet für den fack kann ich gerade nicht speichern ranger 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 ich hab lag noch was mal aufsammeln ich weiß ich weiß aber ah ja der aimtracker hier mal ist er denn ich sehe ihn nicht er hat auf mich geschossen der nervige sniper haben die da company irgendwie das kann man wissen wie die mich gesehen haben ne sagt man ist immer noch nicht er dreht ab ist klar so fernkampf hat sich gerade erledigt ist doch nicht normal ich treffe die ja nicht und die schone das unnormal einfach unnormal die sehen mich nicht mal ne aber trotzdem treffen sie nicht mal im konzentrationsmodus eigentlich schade um die gute munition muss man sagen und wo knallt der denn da rum es ist doch unnormal noch eine mme das nero wohl diesmal zurückgelassen hat so da steht dann ganz wir kriegen gerade wieder besucht ach du heilige scheiße ja ja ihr macht das schon ich bin weg mein moped da all the way nur eine kleine horde aufgetaucht all the way und die nicht mal er kommt mehr habt ihr nicht drauf das dachte ich mir das nächste mal wenn ihr jemanden überfallen wollt dann passt auf wen ihr euch aussucht ein bunker ich wette die haben den bunker ich muss ihn nur finden ach du scheiße ist der sonne halt auch noch da ist sie die horde das hauptproblem ist hier kann ich die meucheln ich will es gar nicht probieren leute ich will es ehrlich gesagt gar nicht probieren Factorbomben damit könnte ich sie vielleicht kriegen ja 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 Äh, hmmm... Ummm... Thank you.